Hi, ich bin Glenn. Schön, dass du da bist. In diesem Video zeige ich dir, wie du mit Perlit abmust, also abperlitest. Dieses Video gibt es interessanterweise eigentlich nur, weil ich dir am Beispiel dieser wunderschönen Pflanze zeigen wollte, wie ich einen mineralischen Rangstab verwende. Allerdings muss sie dafür ein bisschen kleiner werden und ist irgendwie seitdem total viel gewachsen. Also muss ich sie abperliten. Und da dachte ich, nehme ich dich doch einfach mal mit und zeige dir, wie das geht, bevor ich sie dann an einen mineralischen Rangstab gewöhne. Ich könnte das Ganze natürlich jetzt auch schon machen, aber dann habe ich einen sehr langen Teil mit relativ kleinen Blättern und schon hätte ich dann hier oben einen Teil mit größeren Blättern. Das würde in meinen Augen nicht ideal aussehen und könnte die Pflanze auch instabil machen. Also fange ich hier nochmal mit einem Kopfsteckling an. Was ist jetzt eigentlich Abmosen und warum nenne ich das jetzt Abperliten? Abmosen ist eine Vermehrungsmethode, bei welcher du Moos verwendest, um Wurzelwachstum anzuregen. Wenn du das Ganze mit Perlit machst, statt mit Moos, nenne ich das jetzt einfach mal Abperliten. Warum nehme ich jetzt Perlit und nicht Moos? Was hätte es für Vorteile und wann ist es besonders geeignet, Perlit zu verwenden? Am häufigsten verwende ich persönlich Perlit zum Abmosen, also zum Abperliten, in Kisten mit sehr, sehr hoher Luftfeuchtigkeit, wie beispielsweise 100%. Eine Kiste mit 100% und einer Pflanze darin ist sehr förderlich, um Luftwurzeln hervorzurufen, die man dann mit Perlit abmosen kann. Häufig ist Moos dann zu feucht und das ist nicht so super für die Pflanzenwurzeln. Das Moos könnte anfangen zu schimmeln oder auch Wurzelfäulnis verursachen. Daher verwende ich in solchen Kisten Perlite. Wann eignet sich Perlit noch zum Abperliten? Naja, wenn du generell nur mineralische Substrate hast, würde ich dir persönlich nicht empfehlen, jetzt auch noch mit Moos abzumosen, sondern dann vielleicht Perlite zu nehmen, da du sowieso schon nur mineralische Substrate hast. Auch empfiehlt es sich, mit Perlit abzumosen, also abzuperliten, wenn du ein Trauermückenproblem hast, denn die dauerhafte Feuchtigkeit beim Abmosen kann Trauermücken wirklich magisch anziehen. Außerdem eignet sich Perlit zum Abperliten auch noch, wenn du zu viel Perlit hast. Vielleicht kennst du das, du hast schon mal Perlit bestellt und es kommt einfach in so großen Kisten an und du weißt eigentlich gar nicht mehr, was du noch mit dem Perlit machen sollst. Perlit doch ab! Zudem schützt du beim Verzicht auf Spagnummoos wichtige Lebensräume, wie beispielsweise Moore, aus welchen Spagnummoos gewonnen wird. Bei dieser Pflanze hier vor mir gibt es eine sehr schöne Seite, die du gerade siehst, aber ich drehe die Pflanze mal um, damit ich gleich mit dir gemeinsam die Wurzeln betrachten kann, die Luftwurzeln und abperliten kann. Tausche ich mal die Seiten. Jetzt siehst du die Luftwurzeln viel besser. Ich habe aber die bessere Aussicht mit den Blättern. Was brauchst du eigentlich zum Abmosen? Du brauchst Tüten, du brauchst Klipper und natürlich Perlit. Verwende Perlit bitte immer nur befeuchtet, denn der Staub ist schlecht für deine Lunge. Abperliten geht auch eigentlich relativ schnell. Du brauchst nur ein bisschen Übung und dann mit der Zeit geht das total leicht. Ich habe gerade eine offene Tüte untergelegt und werde da jetzt ein bisschen, das zeige ich dir doch mal, Perlit drauf platzieren. So, Perlit ist schon befeuchtet. So, das platziere ich jetzt unter eine Luftwurzel und zwar mache ich aus dieser Pflanze drei Stecklinge. Ganz kurz zum Aufbau. Das längliche ist der Stamm, das ist das Blatt und der Teil zwischen Stamm und Blatt ist der Blattstiel. Bei den Blattstielen gibt es die Knotenpunkte und die kann ich verwenden, um abzuperliten. Ich fange mal ganz vorne an. Um die Überlebenschance eines jeden Stecklings so ideal wie möglich zu halten, versuche ich möglichst viel der Pflanze abzumosen beziehungsweise abzuperliten. Ich perlite meinen ersten Steckling an dieser Stelle ab. Du kannst hier sehen, hier gibt es die Luftwurzel um den Knotenpunkt herum. Im Idealfall würde ich auch noch versuchen, diese Wurzel mitzunehmen. Ich brauche aber nur die kleine Wurzel. Diesen Teil umschließe ich jetzt mit der Tüte. Ziehe die Tüte hoch. Ich versuche das Ganze übrigens so dicht und nah am Stamm wie möglich zu machen. Warum, erkläre ich dir gleich noch. So sieht das bisher aus. Jetzt noch ein bisschen Perlite drauf. Und schon ist diese Tüte bereit, geschlossen zu werden. Ich habe hier auf meiner Seite und zwar genau hier einen kleinen Zugang gelassen, womit ich das Perlite wieder befeuchten kann. Perlite trocknet relativ schnell aus. Danach möchtest du versuchen, dass es so eng anliegend wie möglich ist, sodass du nicht jeden Tag gießen musst, denn du könntest es mal vergessen und dann trocknen die neuen Wurzeln direkt wieder aus. Das willst du vermeiden. So, das Ganze ziehe ich jetzt noch fester. Und es wird mit einem Klipper befestigt. So, erste Wurzel ist umschlossen und bereit. Den nächsten Stecklegen mache ich zwei Blätter weiter unten und zwar an dieser Stelle hier. Hier und versuche diese Wurzel mitzunehmen. Ich brauche jetzt wieder eine Plastiktüte, auf welcher ich per Lid platziere. So, jetzt mal gucken, wie ich am besten diese Wurzel mit einschließe. Ich hätte das deutlich früher machen sollen, dann werden die Wurzeln nicht so lang, aber gar kein Problem. Ich biege mir die jetzt hier so ein bisschen schräg rein. Hier sehr vorsichtig mit der anderen Luftwurzel, die da irgendwie einfach reinwächst. Dann kommt es jetzt mit rein. Auch hier lasse ich genau an dieser Stelle wieder ein kleines Loch zum Bewässern. Ziehe das alles schön eng. So, einmal mache ich das Ganze noch. Ich nehme wieder die Tüte, platziere per Lid auf der Tüte und jetzt per Lid ich noch das zweite Blatt ab. Ich lasse der Pflanze also nach dem Rückschnitt dieses Blatt und setze den ersten Schnitt, nachdem alles geschafft ist, hier an dieser Stelle. Ganz spannend ist übrigens noch an dieser Pflanze, dass das die Pflanze aus meinem Monsterer Vermehrungsvideo ist. Das verlinke ich dir jetzt mal direkt oben. Richtig cool, wie lange mich diese Pflanze hier schon begleitet und was ich alles schon mit ihr gemacht habe. So, ich brauche die Luftwurzel, die du siehst. Die hier. Ich biege mir die mal ein bisschen vorsichtig. Dann merkt ihr, wenn sie abknickt. So. Jetzt wird das Ganze hier hochgebogen. An der Stelle habe ich jetzt zwei Bewässerungslöcher. Besser kriege ich es jetzt gerade hier nicht hin. An der Stelle muss ich dann wahrscheinlich einfach häufiger sprühen. Mit Wasser. Leitungswasser. Und einer Sprühflasche. Ich ziehe es jetzt auch wieder schön fest. Tada! Diese Pflanze lasse ich jetzt erst einmal hier stehen. Ich werde das Perlit regelmäßig befeuchten. Ich zeige dir, wie es weitergeht. Wenn die Pflanze bereit ist, mir die Stecklinge zu schenken. Zwei Wochen sind seit der letzten Aufnahme vergangen und schon ist die Pflanze bereit, mir ihre Stecklinge zu schenken. Woran habe ich das jetzt eigentlich erkannt? Guck mal ganz genau hin. Da sind schon Wurzeln, die sich gebildet haben. Die waren vorher noch nicht da. Und die zeigen mir, dass die Pflanze langsam bereit ist, mir ihre Ableger zu schenken. Ich könnte natürlich auch noch warten, bis sich die Wurzeln weiter verzweigt haben und auch noch länger sind. Aber ich möchte unbedingt das Video zum mineralischen Rangstab machen. Und dafür brauche ich den Kopfsteckling dieser wunderschönen Pflanze. Hast du eigentlich schon mal mit Perlit abgemoost? Schreib mir doch mal deine Erfahrungen in die Kommentare und ich bin gespannt, von dir zu lesen. Du fragst dich vielleicht immer noch, was der eine ganz große Vorteil ist, wenn man Perlit nimmt, also hier statt Moos. Und neben dem einen ganz wichtigen Fakt, dass bei der Entnahme von Spagnummoos ganz wichtige Lebensräume zerstört werden, lassen sich Pflanzen, die vorher mit Perlit abgemoost wurden, sehr, sehr leicht im mineralischen Substrat übertragen. Und das ist echt praktisch, wenn du meinen mineralischen Substratmix verwenden möchtest. Es gibt einfach keine verrottenden Pflanzenteile an den Wurzeln, was langfristig das wurzelvolles Risiko senkt. Es ist zwar ein sehr langfristiger Vorteil, aber du wirst mir später danken. Alles bereit. Das ist einfach großartig. Alles, was du jetzt noch brauchst, ist ein desinfiziertes Messer. Das Messer ist desinfiziert. Ich trage danach direkt den Zimt auf, lege den Steckling ganz kurz zur Seite, lasse ihn antrocknen und dann gucke ich mir alle Stecklinge mit dir zusammen an, sobald ich sie geschnitten habe. Ich schneide immer gerne irgendwie in meine Richtung. Das sollte ich mir dringend abgewöhnen. So, der erste Steckling ist geschnitten. Ich stabilisiere noch einmal den weiteren Pflanzenverlauf mit diesem Behältnis. Und die Schnittstelle, die später in dem Substrat liegen wird, wird einmal mit Zimt behandelt. Zimt behandelt klingt sehr professionell dafür, dass ich hier wirklich einfach nur Zimt drauf streue. Ich streue auch sehr, sehr schön viel drauf. Die ganze Schnittstelle ist komplett mit Zimt bedeckt. Und jetzt stelle ich das einmal zur Seite. So, bei dem Steckling hier habe ich anscheinend die zwei Tüten übereinander gelegt. Das heißt, hier wird die Trennung sehr schwer verlaufen. Hier muss ich die Tüten vorher öffnen. Die Tüte auf jeden Fall für spätere Projekte noch einmal wieder benutzen. Das heißt, die Tüten, die ich habe, verwende ich für alle meine Abmoos-Projekte oder Abpellit-Projekte. Den Clip mache ich mal direkt auf und löse die Tüte. Oh, krass. Krass. Das sind zwei Wochen. Sommer ist großartig. Alles geht so viel schneller im Sommer und hier habe ich nicht meine Heizmatte benutzt. Geht ja auch gar nicht. Aber krass. Das ist echt wunderschön. Okay, ich muss die andere Tüte auch noch lösen. Oh, hier fällt das Pellit raus. So. Okay, ich zeige dir das, sobald ich hier das loslassen kann. Aber dann. Hier kommt das Pellit drauf. So, jetzt mache ich die andere Tüte auf. Das ist ja wunderschön. Krass. Vor allen Dingen auch viel mehr Wurzeln, als man gesehen hat. Ich habe das Pellit übrigens die ganze Zeit schön feucht gehalten. Also wirklich einmal am Tag geguckt, ob es auch wirklich noch feucht ist und sonst bei Bedarf nachgesprüht. Krass, die Wurzel ist mit der Tüte verwachsen. Wow. Du musst nochmal zurückspulen. Das werde ich mir auch gleich nochmal angucken, wie das vorher aussah. Aber da war ja wirklich nicht so viel an Wurzel. Also diese Wurzel hier war vorhanden. Die ist jetzt hier weiter gewachsen, komplett in zwei Wochen. Das sind locker sieben oder acht Zentimeter. Diese Wurzel ist komplett neu. Also wow, krass. Wow. Okay, ich teile sie erst einmal da, wo ich sie auch wirklich teilen wollte. Das muss ich nochmal kurz desinfizieren. So. Kopfsteckling habe ich abgeschnitten. Jetzt kommt einmal dieser Steckling hier. Erstmal so wie geplant. Und dann kann ich ja immer noch gucken, weil die Wurzeln sehen wirklich so gut aus. Ich glaube, hier könnte man noch ein bisschen mehr abschneiden. So. Jetzt ist hier eine Wurzel mit der anderen Wurzel verwachsen. Mit so kleinen, süßen, flaumigen Härchen. Lass uns nochmal gucken. Perfekt. So. Dieser Bereich wird wieder unter der Erde liegen und somit kann ich das direkt mit Zimt besprühen. Aber warte mal. Guck mal, wie schön das ist. Das sind jetzt zwei Wochen und in zwei Wochen hat diese Pflanze einfach so viele Wurzeln bekommen. Sieht doch einfach wunderschön aus. Ich freue mich sehr. Und hier könnte ich jetzt nochmal überlegen, dass ich auch nochmal schnipple. Denn ich habe ja sowohl, also ich habe ja bei beiden Blättern jeweils Wurzeln. Schon ein Wuchspunkt. Hier deutet sich schon einer an. Den sieht man aber gar nicht. Hier noch nicht. Aber hier kann man auf jeden Fall noch einmal teilen. Mache ich einfach mal mit dir. So. In diesem Fall werden, dadurch, dass ich jetzt abgeschnitten habe, wird jetzt auch dieser Teil unter der Erde liegen. Denn ich topfe die einfach so ein und somit behandle ich gleich beide Seiten. Beide Seiten sind jetzt gut mit Zimt behandelt. Das mache ich jetzt noch beim nächsten Steckling auch noch. Und auch dieser Steckling ist ausreichend bezimt behandelt. Bei den darauf folgenden Stecklingen werde ich gleich direkt einmal in der Mitte schneiden. Mache ich jetzt auch mal Zimt und der letzte Steckling und Zimt. Guck dir auch hier noch mal an, wie schön sich die Wurzeln entwickelt haben. Sind das nicht schöne lange Wurzeln und super gesunde Pflänzchen? Das sieht doch einfach toll aus. Ich bin total zufrieden, dass in zwei Wochen solche Erfolge zu verzeichnen sind. Die setze ich jetzt einmal in Perlit, sodass sie dort in Perlit weiter wurzeln können. Und den wollte ich mir eigentlich noch mit dir zusammen angucken. Aber das mache ich in dem Video zum mineralischen Rangstab. Denn hier kann ich dir schon mal zeigen, wie ich sie in Perlit übertrage. Der kommt direkt in einen mineralischen Substratmix. Wie ich den übrigens mische, ich verlinke dir das mal direkt hier oben in dem Video. Das Messer lege ich einmal zur Seite, damit hiermit nichts passiert. Das Perlit, was sich jetzt übrigens hier in den Tüten befindet, auch mit dem Zimt dran, überhaupt gar kein Problem. Verwende ich übrigens als mittelgroben Bestandteil für meinen Substratmix. Wie ich den mische, das findest du auch hier oben heraus. Und somit kann ich das Perlit auch direkt verwenden. Ich schüttel das also ab. Perlit würde ich immer trocken lagern. Achte aber natürlich darauf, obwohl du das Perlit trocken lagerst. Verwende es bitte feucht, denn der Staub ist nicht gut für deine Lunge. Dann zeige ich dir noch mal ganz kurz, wie ich die jetzt in Perlit setze, die Stecklinge. Es sind circa 20 bis 25 Minuten vergangen. Und bis ich alles hier auf diesem Tisch zusammen habe, sind 30 Minuten vorbei. Mein Tisch ist bereit, die Pflanzen einzusetzen. Falls du dich übrigens fragst, was ich mit der Mutterpflanze hier mache, die werde ich noch mal im Topf neu arrangieren. Und auch diese Pflanze kriegt einen mineralischen Rangstab. Aber jetzt schiebe ich sie für mehr Platz erst einmal kurz zur Seite. Das Perlit ist befeuchtet. Die Pflanzen sind ausreichend angetrocknet. Somit ist sichergestellt, dass Wurzelfäulnis minimiert wird. Kann aber immer wieder passieren und passiert auch mir ab und zu. Den Boden bedecke ich einmal mit Perlit. Die Pflanzen passen übrigens richtig gut in diese Töpfe rein. So. Ich zeige dir mal, wie das im Topf gerade aussieht. Hier sehr gemütlich und bequem für die Monstera. So kann sie jetzt einfach bedeckt werden. Der Stamm ist mit Perlit bedeckt. Das Ganze drücke ich jetzt noch mal kurz an und stelle sie kurz zur Seite. Die nächste Pflanze. Auch hier befülle ich zunächst den Boden. Jetzt kann die Pflanze rein. Ich achte darauf, dass sie schön mittig positioniert ist, damit das Stammstück nicht immer an den Topfrand kommt. und der ist sehr feucht und vielleicht nicht ideal geeignet, um jetzt die ganze Zeit mit dem Stamm in Kontakt zu sein. Auch hier ist der Stamm wieder bedeckt. Perlit eignet sich übrigens ideal zur Bewurzeltung von Pflanzen, denn Perlit speichert keine Nährstoffe und somit durchwurzelt die Pflanze den ganzen Topf, was großartig ist für dich, wenn du Wurzeln haben möchtest. Wenn du übrigens noch weitere Sachen über Perlit erfahren möchtest, ich habe zu Perlit ein ganzes Video gemacht. Ich verlinke dir das mal hier oben. So, hier wird der Boden wieder bedeckt. Der Steckling kommt rein. Auch die Pflanze ist fertig. Ach, ich stelle die mal schöner hier an den Rand. So, schöne Pflänzchen. So, und die vierte wird hier auch noch Platz finden. Auch hier erst mal den Boden bedecken. Ich nehme jetzt einfach mal die Hände. Der Boden ist bedeckt. So, Wurzeln kann man auch manchmal so ein bisschen umherbiegen. So wird die Pflanze sich in dem Topf befinden. Und jetzt kommt nur noch Perlit drauf. Auch die Pflanze ist fertig. Wie geht es jetzt eigentlich weiter mit dem Kopfsteckling, den ich ja immer noch nicht ausgepackt habe? Oh, der Clip hat sich gelöst. Mach den mal zu. Wie schon erwähnt, findest du das alles heraus in meinem Video zum mineralischen Rangstab. Oder wenn du wissen möchtest, wie eigentlich diese Pflanze entstanden ist, dann findest du das heraus, wenn du mein Monstera Deliziosa Vermehrungsvideo guckst. All diese Pflanzen entstammen der Pflanze, die ich dort in dem Video mit dir zusammen vermehrt habe. Hast du eigentlich noch Fragen zum Thema Abmosen mit Perlit oder wie ich es am liebsten nenne, Abperliten? Dann stell mir diese doch in den Kommentaren und ich freue mich von dir zu lesen. Ein Abo und auch ein Daumen hoch unterstützen meinen Kanal sehr. Ich freue mich, dich auch in meinem nächsten Video zu sehen. Sieh doch direkt eins an. Ich hoffe, dir geht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, kakao. Ich habe eine Sache vergessen zu erwähnen. Wenn du dich übrigens fragst, wie es mit denen hier weitergeht, naja, die stelle ich jetzt in eine Kiste, wie zum Beispiel auch diese, halte den Wasserstand bei circa zwei Zentimetern und beginne in einem Monat mit der Düngung, damit diese Pflanzen schnell, schön und kräftig werden. Und dann setze ich sie natürlich in meinen mineralischen Mix. Wie der geht, hast du dir bestimmt schon in meinem vorherigen Video angeguckt.